Was? Ich hab gar nichts gedrückt, er hat automatisch. Die drei Gongs. Es ist an der Zeit, dass ihre Körper von allem Fleisch befreit werden. Es ist an der Zeit, dass an der Shin-Wat-Brücke über ihre Seelen gerichtet wird. Der Turm der Stille bietet den Herrschern von Persien am Abend ihres fleischlichen Lebens einen Ort der Ruhe. Drei Tage hat Roshnu Zeit, um ihre guten und ihre schlechten Taten gegeneinander aufzuwiegen. Drei Gongs aus der Höhe lassen ihre Legende nachhallen. Wenn die Gongs eine Harmonie erreichen, dann öffnet sich das Tor. Und die Stille, die entweicht, trägt die Legende noch weit hinaus. Okay. Hat sich jemand aber ordentlich Mühe gegeben, dass sie das Ding auch ja lesen. Okay, und hier geht's runter. Oh, das klingt doch nach einem Teleporter? Mist. Da komm ich hin. Nein! Verdammt! Ah! Okay. Okay, das war's du. Das war's schon? Okay. Äh! Nein! Ranziehen! Das war ein Gong! Ich wollte hier eigentlich gar nicht hin, aber irgendwie komm ich hier ja nicht wieder zurück. Kann ich mich da durchschleudern? Nö, kann ich auch nicht. Plonk, prallt ab. Okay, hier bin ich wieder. Okay, da oben ist der Baum. Hallo? Lass mich doch mal zum Baum. Da unten ist der Baum. Den hab ich ja völlig übersehen. Der ist so winzig, der noch nicht, äh, äh, quasi groß geworden ist. Ja. Jetzt bräuchte ich nur noch irgendwo mal einen Teleporter. Und gefühlt war doch da irgendwo ein Teleporter. Au! Lass das! Au! Nein! Na, Menno. Höher geht nicht. Oh mein Gott. Oh, trefft ihn da hinten doch! Ja, genau! Boah! Das gibt's hier! Prophezeiung! Nice! Ah! Wuhu! Äh, will ich hier hin? Keine Ahnung, ich will hier hin, genau. Hier hin will ich. Alter, wer denkt sich denn diese Levels aus? Hoi, 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 hoi. Da waren wir auch noch nicht. Da muss ich gleich, wenn ich hier, ah, wenn ich hier durch bin. Passa! Ah! Ah, lass das doch mal! Ah! Ah! Die, die, die. Hier kommt man nicht rauf, hier kommt man nur runter. Treffen die mich, wenn ich hier rutsche? Nö. Ah! 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 Stirb doch endlich! Menno! Nö, da war nix. Ah! Das ist ja hier ein Level. Ah! Au! Ah! Ah! Lass das! Okay. Hier gibt es scheinbar ein Secret oder was? Ja. Jo. Und da geht's in den Tod. Ah! Nein! Hahaha. Zum Glück habe ich Auto-Region. Das heißt, ich regeneriere immer automatisch. Hm. Da unten ist aber nix, oder? Nö. Nein. Da unten ist nix. Ah. Hier mal wieder. Schloss. Okay. Die bouncen nicht da drauf. Eins, zwei. Ja. Ja. Hau mal ab da. Ah! Nein! Lass mich! Hau mal ab da. Ah! Ah! Oh nö, hier geht's weiter. Wer denkt sich denn sowas aus? Jetzt schnell, da ist keiner. Hä? Warum kommt man hier weiter? Momentchen mal. Das muss hier doch irgendein Secret geben. Da unten. Aha! Secret! Der Heldenprinz fällt im entscheidenden Kampf. Da müssten wir doch eigentlich zurück zu dem Dings kommen. Ah! Okay. Nein! Ah! Uh, ah, ah! Okay. Und da unten geht's weiter, aber da hinten gibt's auch noch irgendwas. Au! Oh, ab! Ah, das ist quasi der Weg für die für die Feiglinge, sozusagen. Ah, komm, geh doch hier rum. Du brauchst da nicht durch. Nö, wenn man hier runterfällt, ist man wahrscheinlich tot, oder? Ja. Hätte ja sein können, dass hier noch irgendein Secret ist. So, dann wären wir hier mit durch. Das heißt, das Schloss kann weg. Jetzt gibt's hier eigentlich nur noch einen dunklen Gang. ja. Okay. Okay. nö stirb ach nö sag mal lass mich doch mal in Ruhe meine Flasche trinken alter lass das ach nö stirb doch endlich ach das war alter Leute macht's doch nicht schwerer kann doch wohl nicht angehen äh laut Karte muss ich da nach oben also gehen wir erstmal nach links ah bong gong Nummer 2 so ich drücke immer die falschen Tasten äh den hier gedrückt halten einmal plonk dann können wir das Schloss hier auch entfernen äh so ich dachte nicht dass ich hier in so einer lockeren halben Stunde so viel äh quasi mache so dann werden wir hier auch schon mal durch gucken wir mal auf die Karte hier unten das habe ich noch nicht erforscht das Gebiet hier äh joa das sieht irgendwie nicht so nicht so vielversprechend aus nein da gibt's nix würde ich jetzt mal so sagen oder wobei ich weiß nicht also das hier quasi nein ich dachte ich kann mich an dem Gegner nochmal hochziehen ja ha kein Pfeil mehr Diamanten ja das geht au Mist warte mal wo kommt man hier denn noch hin äh ach so ganz normal der ganz normale Weg quasi nein wow gerade noch so einmal kurz aufladen halt das ist aber auch hier äh mächtig mächtig so da oben waren wir noch nicht oh das schreit nach äh ah Portal Teleporter yes woo endlich aber sonst gibt's hier nix nö nur ein Teleporter das heißt das heißt ah wir teleportieren uns einmal kurz ähm wo war denn das nein nö nein da war irgendwas war das das nö vor allen Dingen hier ist auch noch ein Schloss ah ja wup ich hab nämlich gerade zufällig äh äh gerade zufällig die Folgen geschnitten in denen der Quatsch vorkam hahaha 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 ein Tritt und der ist tot genau hier mir ist nämlich beim schneiden der Folgen was aufgefallen Moment haben wir hier irgendwo noch haben wir irgendwo Gras also erstmal können wir uns hier safen aber mir ist folgendes aufgefallen das Gras was da ist hier ist Gras oder war das das Gras das man kaputt machen kann irgendwo war hier Moment ich suche jetzt einfach nach Gras was man kaputt machen kann aber dabei brauche ich das eigentlich gar nicht um zu zeigen worum es geht ich finde gerade kein Gras was man kaputt machen kann das kann doch wohl nicht angehen Au da hinten ist welches das hier das ist Gras das man kaputt machen kann und wie man sieht mein Hadouken macht es kaputt mit einem Brandpfeil kann man es auch abzünden so weit so gut jetzt kommt aber die Sache mit dem Ding hier da ist Gras das hat eine andere Farbe also habe ich mir gedacht ah warum das eigentlich hier komme ich doch auch so schon rauf da komme ich einfach so rauf gut da jetzt nicht so wo war das hier pass auf pass auf pass auf folgendes folgendes das Gras hier hat irgendwie eine andere Farbe also habe ich mir gedacht das wächst auch nicht so schnell nach nein okay merkst du pass auf pass auf das wächst nicht so schnell nach also versuchen wir es mal wir versuchen es mal mit dem Bogen wegzumähen äh ah warte mal oh Junge Mann 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 du bist ja so ein Loser was Bogenschießen angeht so okay hä also theoretisch hätte es jetzt irgendwie funktionieren sollen glaube ich also zumindest das Gras hat eine andere Farbe und ich dachte wenn ich das jetzt abmähe hier gibt es auch noch Pfeile oder muss ich das alles mit Pfeilen wegmähen sag mal ja sag ich doch geht eine Truhe und wir finden ein Herzteil 4 von 4 Blütenblättern gefunden sag uns maximale Gesundheit wird erhöht alter der der Balken ist jetzt fast über den ganzen Bildschirm so oder oh o Untertitelung des ZDF, 2020